Der Milliardär Peter Thiel glaubt, dass Bitcoin von BlackRock und Larry Fink übernommen wurde und dass Bitcoin von diesem Punkt an nicht mehr stark steigen wird. Alle Details dazu im Video. Der Milliardär Peter Thiel und einflussreiches Mitglied der Bilderberg-Gruppe hat in der Finanzwelt und darüber hinaus für Aufsehen gesorgt. Bekannt für seine kontroversen Ansichten und strategischen Investitionen bezeichnet Peter Thiel Kryptowährungen als chinesische Massenvernichtungswaffen, die darauf abzielen, die USA zu destabilisieren, indem sie die Lebenshaltungskosten für den durchschnittlichen Amerikaner in die Höhe treiben. Doch wer ist Peter Thiel und was hat er noch über Bitcoin gesagt und über BlackRock? Darüber sprechen wir jetzt gleich. Peter Thiel ist ein einflussreicher Unternehmer, Risikokapitalgeber und auch Autor, der vor allem durch seine Rolle als Mitbegründer von PayPal und als erster externer Investor in Facebook bekannt wurde. Geboren am 11. Oktober 1967 in Frankfurt am Main, Deutschland, zog Thiel in jungen Jahren mit seiner Familie in die USA. Er studierte Philosophie an der Stanford University und erwarb später einen Abschluss in Rechtswissenschaften an der Stanford Law School. Thiel ist Mitbegründer von Palantir Technologies, einem Softwareunternehmen, das sich auf Datenanalyse spezialisiert hat und hat durch seine Beteiligung an Unternehmen wie SpaceX, LinkedIn und Airbnb erheblichen Einfluss auf die Technologiebranche ausgeübt und übt die immer noch aus. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit ist Thiel auch als Autor bekannt. Sein Buch Zero to One Notes on Startups or How to Build the Future ist ein Bestseller, der angehenden Unternehmen wertvolle Einblicke und Ratschläge bietet. Peter Thiel nimmt seit 2008 regelmäßig an den exklusiven Treffen der Bilderberg-Gruppe teil und gilt als de facto Anführer der sogenannten PayPal-Mafia. Und vor kurzem äußerte sich Thiel zu den potenziellen Risiken und Vorteilen von Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen. In dem Interview mit Peter Thiel kommt die Diskussion schnell auf die ideologischen Ursprünge von Bitcoin und anderen Kryptowährungen zurück. Thiel wird gefragt, ob er von der visionären Idee der Krypto-Anarchisten, Libertären und ihrer antizentralisierten Regierungshaltung inspiriert wurde, die in den frühen Tagen von Bitcoin eine bedeutende Rolle spielte. Diese Ideologie hat viele Menschen fasziniert und angezogen, darunter auch Peter Thiel. Er erläutert, dass diese ursprüngliche Vision für ihn besonders reizvoll war, weil sie ein alternatives Finanzsystem versprach, das außerhalb der Kontrolle traditioneller Institutionen operierte. But then, you know, probably the part where I'm less convinced of is this question of the sort of ideological founding vision of Bitcoin or these cryptocurrencies as sort of a, you know, cypherpunk, crypto-anarchist, libertarian, anti-centralized government thing. You know, this is always, you know, the line... Isn't that what got you interested in the first place? Thiel äußerte jetzt jedoch auch seine Zweifel daran, ob diese Vision tatsächlich so umgesetzt wurde, beziehungsweise weiterhin so existiert, wie es ursprünglich gedacht war. Er merkte an, dass die Bedrohung durch eine zentralisierte Kontrolle und Überwachung von Finanztransaktionen möglicherweise nicht so stark abgenommen hat, wie es die frühen Bitcoin-Befürworter gehofft hatten. Und hierbei zieht Peter Thiel ein interessantes Beispiel heran. Laut Thiel haben FBI-Beamte ihm gegenüber geäußert, dass sie es bevorzugen, wenn kriminelle Bitcoin statt 100-Dollar-Scheinen verwenden. You know, the question is, does it really work that way? Or, you know, has that thread somehow gotten lost? And so when people in the FBI tell me, that they'd much rather have criminals use Bitcoin than 100-Dollar-Bellen, Das deutet darauf hin, dass Bitcoin möglicherweise nicht die völlige Anonymität und Unabhängigkeit bietet, die ursprünglich versprochen wurde. Auf die Frage, ob Thiel einen Teil seiner Bitcoins bereits verkauft hat, geht er nicht direkt ein. Er sagt nur, dass er einen Teil verkauft hat und immer noch Bitcoin hält. Und er sagt ebenfalls noch, dass er zu wenig Bitcoin gekauft hat. Dennoch lässt sich aus seinen Ausführungen ebenfalls schließen, dass er trotz seiner kritischen Sichtweise auf die Entwicklung von Bitcoin die Kryptowährung immer noch als wertvoll und bedeutend ansieht. Seine Zweifel richten sich eher darauf, ob Bitcoin und andere Kryptowährungen ihre ursprünglichen Ideale vollständig erfüllen können. Thiels Perspektive unterstreicht nämlich die komplexe Realität der Kryptoökonomie. Denn während die anfängliche Begeisterung für die Dezentralisierung und Freiheit, die Bitcoin versprach, viele Menschen anzu, zeigen die praktischen Herausforderungen und die Reaktionen von Institutionen wie dem FBI beispielsweise, dass die tatsächliche Umsetzung dieser Ideale schwieriger ist als erwartet. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Diskussion um Bitcoin und seine Rolle in der modernen Finanzwelt weiterhin relevant und spannend. Peter Thiel sitzt in einem ruhigen Raum und wird von einem Journalisten interviewt. Und mit einem nachdenklichen Blick spricht er über seine aktuelle Investmentstrategie und seine Ansichten zu Kryptowährungen und sagt hierbei, ich halte immer noch einige Positionen, beginnt Peter Thiel, hätte mehr kaufen sollen, aber ich bin stolz auf das, was ich bisher erreicht habe. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Markt von hier aus noch weiter dramatisch steigen wird. Peter Thiel spricht weiterhin über die ETF-Ausgabe, also die Bitcoin-ETF-Ausgabe und die allgemeine Marktstimmung. Wir haben, so sagt er, die ETF-Ausgabe, aber ich weiß nicht, wer sonst noch schnell Bitcoin kauft. Er gibt ebenfalls noch einige interessante Anlagetipps, die mich überrascht haben. Der Journalist fragt ebenfalls noch nach Thiels Meinung zur aktuellen Bitcoin-Situation. Sagt hierbei, und das ist extrem interessant, ich dachte, du wärst immer noch voll dabei. Hierbei sagt Peter Thiel, ich habe noch eine kleine Position. Und zum Bitcoin-Preis sagt Peter Thiel, es kann wahrscheinlich noch etwas steigen, aber es wird eine volatile, holprige Fahrt. Ich hatte zwei Hauptgründe für mein Interesse an Bitcoin, so sagt Peter Thiel. Erstens die ideologische Vorstellung einer dezentralisierten zukünftigen Computerwelt, die ich wirklich glaube und die ich für besser halte. Bitcoin schien dafür, laut Peter Thiel, für lange Zeit das perfekte Fahrzeug zu sein. Aber ich bin mittlerweile, so sagt er, viel weniger davon überzeugt. Some interesting investment advice. That actually surprised me, because I don't think I've heard you. I thought you were still all in. I still have a small position. It probably still can go up some, but... It's going to be a volatile, bumpy ride. And I had a dual reason. One was this sort of, you know, ideological, decentralised future of computing world, that I really do believe in, really believe would be better. And it seemed like the perfect vehicle for that for such a long time. And I am just much less convinced that. Peter Thiel spricht weiter über mögliche Entwicklungen in der Kryptowelt und hierbei sagt Peter Thiel noch, dass er sogar davon ausgeht, dass Bitcoin von BlackRock übernommen wurde. Er sagt es hier, dass Bitcoin von diesen Kräften kontrolliert wird. Macht sich Sorgen, wenn es das Letztere ist. Zusammengefasst sind Peter Thiels Aussagen über die Kryptowährung bzw. über Bitcoin sowohl alarmierend als auch aufschlussreich. Er glaubt, dass Bitcoin von großen Institutionen wie BlackRock und deren CEO Larry Fink übernommen wurde. Dies impliziert natürlich, dass die ursprüngliche dezentrale und unabhängige Natur von Bitcoin möglicherweise untergraben wird. Und Thiel äußert seine Bedenken ebenfalls, dass Bitcoin zunehmend von großen institutionellen Akteuren kontrolliert wird. Also nicht nur durch BlackRock. Und dies widerspricht der ursprünglichen Vision einer dezentralisierten Währung, die unabhängig von traditionellen Finanzinstituten operiert. Das heißt also, für einen überzeugten Bitcoin-Investor bedeutet dies, dass diese Ideale, dass die Ideale von Freiheit und Dezentralisierung in Gefahr sein könnten. Was die fundamentale Attraktivität von Bitcoin beeinträchtigt. Was denkst du dazu? Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare. Thiel ist sich auf jeden Fall auch unsicher, ob Bitcoin von diesem Punkt an noch weiter steigen wird oder stark steigen wird. Und dass es holprig wird, sagt er ebenfalls. Diese Aussage könnte ebenfalls für viele Investoren besorgniserregend sein, die auf eine kontinuierliche Wertsteigerung spekuliert haben oder spekulieren. Thiel weist auf die Volatilität und die holprige Fahrt hin, die Bitcoin bevorstehen könnten, was potenzielle Risiken und auch Unsicherheiten im Markt verdeutlichen. Das heißt, Thiel betont, dass sein ursprüngliches Interesse an Bitcoin auf der Idee einer dezentralisierten zukünftigen Computerwelt basierte. Diese Vision hat er jedoch teilweise aufgegeben, da die Realität der Kryptowährung, also von Bitcoin, nicht alle seine Erwartungen erfüllt hat. Dies könnte darauf hindeuten, dass die ideologische Basis von Bitcoin möglicherweise nicht so stark ist, wie viele Enthusiasten hofften. Aber ich möchte hier noch auf eine Sache hinweisen. Trotz seiner kritischen Sichtweise hält Thiel immer noch eine Position in Bitcoin und hat auch gesagt, er hätte gerne mehr gekauft. Das zeigt, dass er die Kryptowährung weiterhin für wertvoll und bedeutend hält und unabhängig von seiner Aussage bleiben die fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin weiterhin bestehen. Dass es zensurresistent ist, dass es grenzenlos ist und so weiter. Abschließend würde ich nicht so viel auf die Aussage von Peter Thiel in Bezug zu Bitcoin und Larry Fink und BlackRock geben. Denn Peter Thiel ist bekannt für seine kontroversen Ansichten, wie oft seine eigenen strategischen Interessen widerspiegeln. Seine Aussagen könnten daher wenig objektiv und mehr taktisch motiviert sein. Auch hält Thiel weiterhin Bitcoin und hätte gerne mehr gekauft. Das widerspricht sich etwas, wenn er nicht mehr so von Bitcoin überzeugt ist. Also, wenn du dich für Kryptowährungen interessierst und dir mit Kryptowährungen finanzielle Freiheit aufbauen willst, wissen willst, in welche Kryptowährungen ich investiere und auch in Krypto-Vorverkäufen interessiert bist, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos, schau dir das Video an und mach mit. Die Zeit drängt. Ich wünsche dir einen schönen Tag.